Ich mag das nicht so wenig zu sehen, muss ich tatsächlich mir sagen. Das war eine Tür. Aber ich sehe immer noch recht wenig. Frei die VIP, extrahiere die VIP, evakuiere alle XCOM-Soldaten. Und da steht nichts davon, dass ich alle Feinde ausschalten muss. Okay, Feinde gesichtet. Preisfrage ist, wo die Advent-Soldaten, die hier eben noch standen, hin sind. Da steht einer. Da ist die Schlange. Hm. Man weiß es nicht. Position bestätigt. So. Alles klar. Ich bin schon dabei. Nächste Runde wird angegriffen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Verstanden. Halte die Augen offen. So. Feuerschutz. Du bleibst ja verdeckt, wenn wir angreifen. Das heißt... Hast du schon... Du hast Feuerschutz. Okay. Noch ein Feuerschutz. Und jetzt rein mit der Granate. Na dann... Lasst die Party beginnen. Na, wenn sie das nicht bemerkt haben, weiß ich auch nicht. Wir haben uns entdeckt. Ja. Die brauchen immer so ein bisschen, bis sie es merken. Nice. Das ist die beste. Hey, ich hab hier was gefunden. Beim nächsten Mal treffe ich ihn. Äh. Okay. Durch das geschlossene Fenster. Respekt. Streifschuss. Gehe. Gehe. Na, das Markieren ist nicht so cool. Wo kommt der denn plötzlich her? Okay, da muss ich jetzt auf jeden Fall einen harten Treffer gegen den reinhauen. Ja, den sollte ich aber wieder hergestellt bekommen. Nächste Runde. Ja. Ui. Mir geht es gut. Was ist da in meinem... Nichts. Da ist feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Eia. So. Ich glaube, das könnte lustig werden. So. Die stehen nämlich alle ziemlich geil für eine Granate. Ja. Die ist für dich. Und... Wo schießt du hin? So, das war's mit geschützt. Schild entfernt. Schild entfernt. Schild entfernt. Ähm. Jetzt ist die Frage, was kannst du als Sniper noch irgendwie was hier ausrichten? Nee, du greifst nicht unseren Verbündeten an. Tut mir leid. Hm. Bin unterwegs. So. Nächste Granate. So, das war's mit der Gedankenkontrolle. Und jetzt revanchierst du dich mal dafür. Beziehungsweise erstmal Schwertieb. Werthieb. Der Sektoid ist mir... Wichtiger. Neun bis elf. Okay, da wär's dämlich, den für den Sektoiden zu benutzen. Jo. Schön. Ähm. Schwertieb. Gut, gut. Das hat ordentlich aufgeräumt. So. Befehl bestätigt. Muss jetzt leider von da oben runter. Um den fortschrittlichen Offizier schön einen ins Gesicht zu ballern. Feind neutralisiert. Das war äußerst erfolgreich, würde ich mal behaupten. Auch wenn ich jetzt wirklich nicht gut hier stehe, aber... Gut, dass sie die Rüstung hat. Du stehst da doch quasi in der Deckung. Wo muss ich hier hin, um diesen Jeep zu hacken? Okay, einfach da rein. Ähm. Dann würde ich gerne... den da Schwert hieben. Von der Rüstung abgeprallt. Oh. Ich sehe das Problem. T-Bone. Geht klar. Äh. Schön. Ein bisschen Loot für uns. Ja. Splittergranate, nicht Objekt. Ne. Möchte alle erwischen. Da war's doch. Na? Ähm. Okay, ich kann nicht alle erwischen. Wen von denen kann ich snipern? Ich kann den Schildträger snipern mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Zwei Rüstungen. Diese Rüstung ist stark. Diese Rüstung ist scheiße. Ähm. So, ich möchte dann den Muton und die Schlange im Haus am liebsten treffen. So. Nimm das! Vielleicht zerfetzt es die Rüstung. Das wäre sehr cool. Zwei Schaden, vier Schaden und Rüstung weg. Schön. Ähm. Wen habe ich denn noch zur Auswahl hier? Dich habe ich noch. Verstanden. Rücker aus. Hm. Nächste Runde vielleicht. Feuerschutz! So, du bist die letzte, die ich jetzt noch ziehen kann, ne? Ähm. Der ist betäubt. Das heißt, ich gehe hier hinter und ballere den Muton ab. What? 63% nur? Warum? Der steht da doch so offen. Jawoll. Okay. Das ist gut. Gut. So, der ist betäubt. Immer noch. Umschlungen. Die wird jetzt garantiert Gift einsetzen. Stammt, das tut weh. Wen haben sie erschossen? Hol mich hier raus, bitte! Alter! Hör auf, in Panik zu verfallen. Wen haben die denn da gerade erschossen? Verblutet. Und der einzige, der sie heilen könnte, ist in Panik. Großartigst! Ähm. Wo sind denn meine ganzen Einheiten? Ich müsste doch hier irgendwo noch... Äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, ich habe nur noch zwei Einheiten, weil eine umschlungen, eine verblutet. Geilo! Der kann seine Granate... Nee, Moment. Du sollst auch wenn dann deine Granate werfen. Naja, da würde ich aber mich mit meiner Einheit mittreffen. Das wäre nicht so groß. Gut. Ähm. VIP in Sicherheit! Sind unterwegs! Okay. Lernes 1 5. Status bestätigt. VIP im Schleppdorf. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Okay. Ich riskiere das jetzt einfach. Keine Ziele verfügbar? Willst du mich verarschen? So. Ähm. Die hat noch am meisten Leben. Aber das ist ein garantiert... Ach komm. Tschüss. Das sieht so eklig aus, wenn die sterben. Das war's für dich. Hab kaum noch Munition. So. Der lebt wieder. Und schießt erst mal daneben. Find ich gut. Mein Gott ey. Sie haben Verstärkung gerufen. Ja. Ich hoffe, dass ich weg bin, bevor die Verstärkung antrifft. Manus 1 5. Wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. So. So. Gremlin Heilung. Äh. Ne. Ähm. So. Wie mach ich das am besten? Verstanden. Rücke ab. Heilen. So. So. Stabilisiert. Bewusstlos. Oh. Und da ist eine Stechfliege. Moment. 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 Ich muss jetzt hier mal kurz live killen. Äh. Boah. Die versuche ich schon den ganzen Tag zu erwischen. Jetzt ist sie tot. Endlich. Hab keine Ahnung, wie die hier reingekommen ist oder wo die überhaupt herkommt. Es ist Winter. Die müssten tot sein. So. Äh. Nähere mich der Zielposition. Ich glaube ich hab ein bisschen Mist gebaut. Ja, ich hab Mist gebaut. Ähm. Sorry. Ich muss das nochmal ein bisschen anders machen. Zum einen muss ich anfangen mich zurückzuziehen. Und zwar so schnell wie möglich. Zum anderen können die beiden die umschlungene und der Ranger müssten es eigentlich hinbekommen. Ähm. Das hier oben alleine zu klären. Jetzt lasst die doch mal in Ruhe hier. Gestreift. Fünf Schaden. Joach. Ziel erledigt. Lingen jetzt die beiden ineinander rum. Ähm. So. Begebe mich zur Zielposition. Du schießt jetzt den Typ aus dem Leben. Abschuss bestätigt. Meine Munition ist leer. Nicht schlimm. So. Die VIP rennt Richtung Evaku... Evakuierungspunkt. Gut. Und jetzt möchte ich Gremlin Stabilisierung. Na los heilen. Das war's... Ich bin hier drin. Das war's.